Hossa, liebe Freunde! Willkommen bei Blitzkrieg 3! Ja, ich muss gestehen, was ganz Schlimmes ist, ich hatte mir mal Schlacht um Sevastopol angeguckt, aber ich muss mal sagen, es ist mir noch ein bisschen zu verbuggt. Deswegen springe ich erstmal in die dritte und letzte Epoche des Spiels. Und, äh, würde ich sagen, fangen wir mal in Italien an, oder? Ich hab schon mal den Heinzi aus... äh, gewählt, weil ich müsste natürlich die Maus... hier, zack... und krassen... Äh, zwei Panther... Oh, wir haben genau voll! Na, dann drücken wir direkt rein! Und dann schauen wir mal, Block T. Das hat mir jetzt gerade gequietscht. Gut, rücksichtsvolle Stürmung. Die italienische Regierung hat kapituliert. Das deutsche Oberkommando hat sich entschlossen, Truppen nach Italien zu schicken. Ihr Auftrag während dieser Operation lautet, in der Stadt Valsini einzudringen und die Beretend daraus zu vertreiben. Handeln Sie schnell, aber vorsichtig, da es sich um eine italienische Stadt handelt. Es besteht kein Grund, sie dem Erdbogen gleich zu machen. Okay. Scheint also, als ob da noch die Italiener noch hier so ein bisschen... Die Verbündeten sind. Und da wollen wir mal schauen, dass wir das Dorf, die Stadt nicht platt machen. Aber wir haben die Maus, den Jagdtiger. Da kann ich nichts versprechen, liebe Leute. Wird wahrscheinlich sehr viel kaputt gehen. Scheiße, ich hab keine Infanterie mit. Ich bin gespannt, was mich jetzt in der dritten Epoche erwartet. Okay, es geht los! Wir müssen den Schutzpunkt vor der Brücke einnehmen, um den Fluss überqueren zu können. Alles bereit! Nimm den Platz ein, okay. Wir kicken erstmal. Oh, da kommt was. Aha. Wollen wir den mal entgegen fahren? Wir fahren den mal entgegen, oder? Maus, also gibt es ja einer. Treffen von den Leuten. Ja, du musst. Okay. Mach den mal hin. Bei den Zettel, auf jeden Fall. Ja. 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 Ja, wir sind immer noch da. Ja. 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 Okay. Da ist noch was, wunderbar, ob mal langsam dieses Kruppel... Sollen mir wahrscheinlich jetzt helfen. Woll, die quetschen sich da durch. Ich glaube, ich rieche doch, dass hier was ist. Oder? Ne, okay. Das freut mich jetzt natürlich ein bisschen. Aua, die Maustrecke, Panzer 4, richtig nice. Na gut, das war's. Ausräuchern. Ja. Ja. Jawohl. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Wo war's? Okay. Wir müssen fahren. Ja, wo waren die denn da? Okay. Äh, vernichten sie den Feind nahe dem Fluss? Ja super, soll ich jetzt umdrehen oder was? Oh, was ist denn? Oh, fertig, Schütze. Eieieieiei. Verfehl bestätigt. Aber wir machen erst mal hier unten weiter. Wir machen mal hier unten weiter. Wir müssen mit ein paar Verstärkungs-Truppen kümmern wir dann wahrscheinlich auch. Das hat ihnen gar nicht so Spaß, aber wir sollen auch mal ausprobieren. Wo ist hier? Wir gruppieren mal mal extra. Wo werden wir gebraucht? Wird gemacht. Ho, ho, ho. Alter Schwede. Bereits für den Kampfbefehl bestätigt. Au. Oh. Warum's? Nicht das Spiel. Schon wieder so ein fettes Spiel. Da will ich meine, äh... Wirbelwind ein bisschen auffassen. Wir überrennen, nice. Was? Warten wir mal kurz. Warten wir mal kurz. Befehl bestätigt. Nee, äh, so. Die sind erledigt. Noch mal was? Ich verstehe. Fliegel krieg ich nicht, oder? Oh, drückend. Ich muss mal die Maus vor. Jawohl, Kommandant. Ich muss jetzt schon mal wegkommen. Ho, ho, ho. Ich war nicht weg. Oh ja. Einfach weg, seit es mir endlich ist. Die Gruppierungen. Ich bin vierterräum. Ihn so器n. Ich bin vierterräum. Ich bin vierterräum. Oh, da muss ich ja. Van serf,ROZER, was er denn? Einschöne, bis zumil! Wir haben den Pass eingenommen. Jönner Kräftet, das Ausdirutsch-UMIFUTK anzutreiben. Fahrstuhl.... Ahm... Okay, wir holen auf jeden Fall Fahrzeug Ähm.... Panter... Fährdi... Ja, Panter... Infanterie... Ähm, mit denen holen wir uns dann hier eine Deenspaß weg! Vergiss... Äh, Vergissen Sie nicht... Das ist eine italienische Stadt. Wir müssen sie also in den Krieg befreien und nicht den Erdboden gleich machen. Wird gemacht! Das sei eine italienische Stadt. Wir müssen sie also von den Kriegen befreien und nicht den Erdboden gleich machen. Wir müssen die Brücke überqueren und die der Lande anliegen und ein Viertel säubern. Alles klar. Okay, das ist mal los. Wo werden wir gebraucht? Die Verbreiten uns noch die Aufregung. Hab ich aber nicht noch. Wir treffen uns aber trotzdem hier. Da kommen wir nicht hin! Wieso kommen wir da nicht hin? Das sind Lager. So, man! Los, los, los! Er wird da. Er wird durchziehen. Durchziehen Freunde. Ja, lass mal denen helfen. Über die Brücke. Oh, jetzt ist es. Das ist gut, ich kann mal still. LKD bereit. Na, ich muss ja doch schon ein bisschen was abhängen. Jetzt unter links! Verweich für den Kappenbefehl bestätigt! Ja. Er hat jetzt die Eins. Da muss man es mal jedenfalls gut nachbinden. Oh. Der Tierfrau. Wer hätte keine Sklaven! Shit! Was ist hier? Wer fährt da? Kommen wir nicht hin! Ernsthaft? Was ist bei uns da unten? Oh. Alles bereit! So, wo ist denn mein... T-Shot? Guck mal, machen wir einen Tigerfrau. Guck mal, machen wir einen Tigerfrau. Mach ich! Bereit für den Kappen! Ihre Tage sind abgelaufen! Ab! Jawohl, Kommander! Ja. Ist halt euer Ernst, oder was? Du! Wir haben das erwischt! Okay. Ah, wisst ihr was? Ihr seid doch alle... Och, meine Fresse. Bereit! Unterwegs! Ja, wir sind immer noch da! Ja, wir sind immer noch da! Jawohl, Kommander! Ok. Ihr wollt ihr euch jetzt! Was geht's mit? Da können wir noch den Ferdinand, äh... Darauf schicken! Ah, das macht ihn wohl tot! Jawohl, Kommandant! Das ist natürlich ein fette Geschütze! Oh, meine Maus! Kein Problem! Jawohl! Pisi Pisi! Ja! Wir sind Befehl bestätigt! Dieser Rottenschutz! Hier! Los, los, los! Jawohl! Los, los, los! Los, los, los! Jetzt können unsere neuen Kräfte den Fluss ohne Widerstand überqueren! Ja, aber lass mal... Ja, lass mal... Lass mal erst mal die anderen... Vor! Hier wieder Tröke! Da nimmt man eine ganze Menge Infanterie mit. Ok. Bestätigt! Weil wir sollen die Stadt ja nicht, ne? Melde mich zur Stelle! Ok. Verstanden! Wahnsinn! Wahnsinn! Du gehst mal hier hin... Los, los, los! Da hin... Ey, 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 ey! Ganz cool! Das ist ein Wind schon wieder! Bereit! Ok. Der Fehl wird ausgeführt! Äh... Tch 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 tch... Da war ich vielleicht im Sinn übereifrig. Ok. Wir stürmen jetzt einfach die Gebäude, würde ich vorschlagen. Weil... Dann sollten die... Gebäude nicht kaputt gehen. Ok. Wir schicken erstmal die Luschen vor. Ok. Gucken mal, was da passiert. Ok. Die kommen da einfach so rüber. Ok, 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 ok. Jetzt kriegen sie auch den Deckel von der Audi. Ok, ok. Ok, ok. Oh, okay. Insofern. Oh, er ist noch mehr ungefähr. Wie lauten die Befehle? Es ist zu Ende. bereit für den kampf schon mal diese Leute zu bleiben Maus vor ich muss mal den Aufklärer vernichten das ist die West mach ich oh hier können wir uns ein ok jawohl Kommandant Befehle können wir euch einladen ey darf doch mit wird gemacht alles bereit benissen Sie ja und wird zack die überfahren wir doch mit links ihre Befehle oder oder wir können uns nicht bewegen oh die Schande naja weg 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 ok noch mal welche holt sie euch ja ja ihr habt uns ganz schön niedergemacht auch einen größeren jawohl Kommandant die Kette ist ab die Kette ist ab da machst du immer was hier ok aber jetzt los 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 ja die hält nur aus ne die Dinger wo werden wir gebrauchen die Dinger überschreien spart diese Lage sind abgelaufen Befehl bestätigt verleicht aber schon jetzt oder die Gebäude noch schluss ja gut jawohl Kommandant dann warten wir kurz auf die Schlag ok ein bisschen einfühliger vorgehen oder nur genau los 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 Die stand ganz so geil Das geht ganz so geil ich bin ganz so geil schon einmal der mich dann noch was erwartet Ihre Befehle ratst du mich gerade an also die D3 ins bitte nochmal hinterher Kommandant, Ihre Befehle, Kommandant. Kommandant, die sind wieder weg. Achso, kommt doch mal hier rüber. Ach, wir haben einen Gehschütz. Ihre Befehle? Wir sind unterwegs. Okay. Bestätigt. LKW bereit. Hey, ist da noch ein Gehschütz? Los, los, los. LKW bereit. LKW bereit. Kommandant. Oh, da muss ich auch rein. Bestätigt. Okay. Jetzt geh ich mal wieder zurück. LKW bereit. LKW bereit. LKW bereit. LKW bereit. Leck. LKW bereit. Geht. Gibt es an der Gegend? Entschuldigung. Gibt es an der Gegend? Zack. Speichert es nicht. Ich glaube, unter dem Haus wäre ich richtig aufgeschmissen. ja, da ist noch was kümmer mich drum bereit ich halt das nicht mehr aus bestätigt die ihre befehle die werden wieder ungeschützt ich muss den mal hier rein da wird eine menge besetzt sein ich muss es kann losgehen komm mal dran wow alter LKW bereit sind unterwegs ich will nach hause ich will nach hause los 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 jawohl kümmer mich drum ok wir gucken mal hier ist nichts LKW einsatz bereit ok bestätig bereit warum sollte ich verstanden gut ok jawohl der b wird ausgeführt eu Stocker bereit eine chance was da drüben gesiegt holy shit steht einfach so bei ihm Ich weiß nicht, wie ich ihn ausfahre. Es geht nicht sehr lange gut. Verstehend dich. Verstehend. Verstehend dich nicht zurückhalten. Jawohl. Den anderen Best. Irgendwann sind wir bereit. Wir sind schon wieder. Wir sind feinlich. Verstehend dich. Verstehend dich. Verstehend dich. Verstehend dich. Verstehend dich. Kümmer mich drum. Jawohl. Wir können uns nicht bewegen. Es geht nicht zu Ende. Naja, das sind zu viele. Kommt drauf hier. Oh, ne, besser. Zu viele züchte Gebäude wurden zerstört. Diese Operation wird nicht unbedingt unsere Krampfleistung werden. Ja, das macht mich nicht zu viel. Sie sind unterwegs. Doch, kann man sehr gerne nicht fest. Oh, hier ist noch was. Verstehend dich. Oh, da ist noch ein Geschütz. Alles klar. Komm mal da ran. LKW einsatzbereit. He. Befehl bestätigt. Höh. Befehl bestätigt. Ach ja, hier ist noch ein. Alles bereit. An, Befehl bestätigt. na gut ihre befehle sie zerbreiten uns noch die optik ja ich glaube unter dem haus wäre ich hier richtig kaputt mach ich wo werden wir gebraucht was ist denn jetzt schon wieder die pack wird sie jetzt wahrscheinlich mit mich drehen jawohl bereit für den kampf holy shit halter macht den jetzt weg alles klar LKW bereit! Wir fahren wieder weg! Aber was sie für eine Reichweite haben... Was ist das? Aber das Gute ist, in der Stadt bringt ihnen das nicht ganz so viel. Bereit für den Kampf! Jawohl, Kommandai! So, komm, wir sind noch dran hier. Ja... Dann machen wir so ein bisschen mehr hier. Jawohl! Ja, wir müssen doch... Da kommt ja die Gute. Okay. Haben wir es dann langsam, oder wie ist das? Sie haben uns eine sichere Brücke zum Überqueren verschafft. Neue Kräfte rücken zum Angriff vor. Was? Noch mehr? Ne, gut! Liebe Leute, ich bedanke mich, wie immer, und... Sehen uns. Hören uns. ... ...